Hallo liebe Wii-Piloten, ich bin zurück. Ja, ich war krank. Ich hab mich wirklich über eine Woche gequält zu Hause mit Fieber und allem drum und dran. Aber hey, I'm back. Und ich hab eure Nachrichten bekommen. Yves, wo ist das Video zu Obi-Wan Folge 6 und so weiter und so fort. Natürlich kriegt ihr das. Ich konnte es nicht in meinem Zustand verschwitzt und traurig von meiner Couch ausfilmen. Tut mir fürchterlich leid. Aber ich bin zurück. Ihr wollt wissen, was ich vom Finale halte. Und von der Show im Allgemeinen, das verrate ich euch jetzt. Das heißt, diesmal wird das Video, glaube ich, etwas umfassender sein. Ich werde nicht nur auf diese eine Episode eingehen. Denn ein bisschen Zeit ist ja jetzt verstrichen. Ich glaube, ich kann jetzt so ein gutes Fazit finden für die gesamte Show. Das ist immer am besten eigentlich. Wenn man ein bisschen Abstand hat, kann man auch mal zurückblicken. War es die Show wert? Dieser Frage gehe ich heute auf den Grund. Und genau deswegen haue ich jetzt die üblichen Disclaimer raus. Ja, hier wird es zu Spoilern kommen, was Star Wars und Obi-Wan Kenobi angeht. Bitte sei euch dessen bewusst. Und alles, was jetzt folgt, ist natürlich nur meine Meinung. Bevor wir loslegen, geht noch ein dickes, fettes Shoutout an den Sponsor dieses Videos raus. Denn dieses Video wird von Fabulous gesponsert. Der führenden Selbstverbesserungs-App, die dir hilft, bessere Gewohnheiten zu entwickeln und deine Ziele zu erreichen. Die Fabulous-App ist eine Art digitaler Coach, der deine Gewohnheiten verbessern und dich glücklich machen soll. Es gibt über 30 Millionen Nutzer weltweit, die sich durch die App wissenschaftlich fundierte und gesunde Alltagsroutinen antrainiert haben. Hierzu gibt es den Gewohnheiten-Tracker. Du kannst dir deine eigenen Morgen-, Nachmittag- und Abendroutinen aussuchen und die App erinnert dich daran. So habe ich direkt nach dem Aufstehen versucht zu meditieren, dankbar zu sein und mehr Wasser zu trinken. Du kannst aus über 100 empfohlenen Gewohnheiten deine Favoriten aussuchen. Selbst kleine Dinge wie Zahnseide benutzen, wirst du dank Fabulous nie wieder vergessen. Neben dem Gewohnheitstracker gibt es im Premium-Account auch spezielle Programme, mit denen du auf verschiedene Reisen gehen kannst. Hierbei erfüllst du dann Schritt für Schritt verschiedene Aufgaben, um an dein Ziel zu kommen. Zum Beispiel, wie kann ich dauerhaft mehr Wasser trinken? Hierfür stellst du dir zum Beispiel ein Glas Wasser ans Bett oder kaufst dir eine neue Wasserflasche, die dich immer ans Wassertrinken erinnert. Oder du lernst, gesund zu frühstücken. Ich fand Fabulous sehr hilfreich, da mich die App wirklich unterstützt hat. Ich meine, wie oft hat man sich schon gesagt, dass man Dinge ändern will und nichts ist passiert. Mit Fabulous kann man diesen Kreislauf jetzt durchbrechen. Finde deine ideale Alltagsroutine. Die ersten 100 Personen, die auf den Link klicken, erhalten 25% Rabatt auf ein Fabulous-Abo. Okay, Obi-Wan Kenobi ist zu einem Abschluss gekommen und ich musste so krass lachen, weil ich glaube, in der Disney Plus Beschreibung steht, das fulminante Finale. Ich so, cool, dass ihr das selbst so nennt. Aber ganz egal. Ich habe die Folge gesehen und wie stehe ich denn jetzt zum Abschluss von Obi-Wan Kenobi? Ich finde es ganz okay. Also die Episode hatte definitiv Momente und auf die werde ich eingehen. Ich glaube, normalerweise spreche ich viel zu häufig darüber, was mir nicht so gefällt. Ich glaube, heute mixen wir das mal ein bisschen und ich fange erst mal an mit dem, was mir wirklich gefallen hat. Und was mir auch durchgehend durch die Show gefallen hat. Es ist wundervoll, Ewan McGregor wieder zu haben. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Er war so ein absoluter Standout in den Prequels und der ist es auch hier. Und selbst wenn das Material nicht wirklich da ist manchmal, gibt er alles. Ich meine, er ist wirklich super in den Action-Sequenzen. Gerade hier haben wir auch endlich mal wieder eine Choreografie. Aber gerade in den dramatischen Sequenzen zeigt er, was er schauspielerisch drauf hat. Und in dieser Episode hat man auch ein bisschen was mit Hayden Christensen anzufangen. Und das fand ich auch ganz cool. Ich spreche noch darüber, weil ja, das ist ja das Rematch of the Century. Obwohl ehrlich gesagt, das ist das Re-Rematch of the Century. Weil die haben sich schon einmal so ein bisschen auf die Fresse gehauen, diese Staffel. Aber ganz egal, da gab es definitiv Momente, die sich gelohnt haben. Es war auch ganz schön, Joel Edgerton wieder zu haben. Ja, Joel Edgerton als Onkel Owen. Ja, ich habe aber definitiv Probleme mit der Show als solche. Und ich weiß, wenn ihr einfach nur hören wollt, Obi-Wan Kenobi ist eine super Serie. Klasse, ich bin wunschlos glücklich. Das ist all das, was ich mir je erträumt habe. Kann ich euch nicht geben. Kann ich euch nicht geben. Ich muss ehrlich sein. Ich muss immer nur ehrlich mit euch sein. Ich weiß, sehr viele da draußen lieben die Show. Und ich möchte an dieser Stelle auch ganz klar sagen, wenn euch die Serie gefällt, wenn euch die Folge gefällt, ist es wundervoll. Dann hat euch die Serie etwas gegeben, was sie mir nicht geben konnte. Denn lieben tue ich sie bis zum Schluss nicht. Ich finde, sie hat immer wieder Momente, wo ich sage, ah, hier gibt es wirklich Potenzial. Aber Potenzial und Realität sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Wir kommen nämlich zu dem Punkt, dem ersten Kritikpunkt, mit dem wir anfangen. Reaver. Okay, ich weiß nicht, was ich mit dieser Figur anfangen soll. Ich muss ganz ehrlich sagen, Reaver ist für mich eine der schlechtesten Star-Wars-Figuren aller Zeiten. Und das liegt einfach nur daran, wie sie geschrieben ist. Das Skript gibt dieser Figur die seltsamste Motivation, die ich je, je in einem Star-Wars-Charakter gesehen habe. Ich meine, wir hatten schon schlechte Figuren in Star-Wars, das ist nichts Neues. Aber diesmal hat sie eine derartig merkwürdige Vorstellung von Moral, eine derartige Vorstellung von Rache. Und ihr ganzer Plan ergibt null Sinn und der Plot darum ist derartig konstruiert, dass ich einfach mit den Augen rolle. Ich weiß, Marco, mein Podcast-Kollege und Mr. Nerd-Kultur, hat vor kurzem ein Video gemacht, was stümperhaft alles inszeniert ist in der Serie. Und ich kann ihm einfach nur applaudieren, weil er hat recht. Die Kameraarbeit in der Show ist wirklich nicht gut. Ich meine, die Shaky Cam bis hin zum wilden Schnitt, da gibt es so viele merkwürdige Entscheidungen, die das Ganze einfach von einem technischen Aspekt echt stümperhaft aussehen lassen. Und da hat er hundertprozentig recht. Aber ich finde, wenn eine Sache noch schlimmer ist als das, sind es die Drehbücher. Wir fangen an. Reaver wurde letzte Woche abgestochen. Also nicht letzte Woche, letztes Mal, als ich vor eine Kamera getreten bin. Da wurde sie abgestochen von Lord Vader. Ja, sie hat es richtig abbekommen. Ich wusste nicht, ob in den Bauch oder in die Brust. Ganz egal. Das ist ein Lichtschwert, das richtig durchging. Und der Grand Inquisitor war auch zurück, weil der hat auch was in den Bauch bekommen. Und das ist irgendwie mittlerweile scheißegal. Also sie wurde auch als Kind schon mal abgestochen und das ist auch scheißegal. Das heißt, eine Sache will uns dieser Serie klar machen. Aber der Typ ist ein Loser, weil er der Einzige ist, der stirbt, wenn er ein Lichtschwert abbekommt. Und das ist, ich weiß auch nicht, Lichtschwerter haben mal was bedeutet. Und das in den Bauch zu kriegen, das kannst du nicht einfach, ja, nach dem Motto, walk it off. Nein, ich verstehe es nicht. Und dann haben die sie halt zurückgelassen, liegen lassen, obwohl ihr Plan ja war, Vader zu killen. Und dann hat sie diese Aufnahme gefunden von Bail Organa. Und das Spannende ist, da in der Aufnahme war ja nicht wirklich herauszuhören, wer Luke Skywalker ist, dass das Anakin Skywalkers Kind ist und so weiter und so fort. Da war einfach eine Botschaft an Obi-Wan Kenobi gerichtet. Es gibt ein weiteres Kind auf Tatooine. Man denkt sich, Reva, bested ist killig. Also erstens, sie hat es überlebt. Und sie hat es überlebt, ohne schwer verletzt zu sein. Das stört mich wahnsinnig. Sie hat einfach ein Handtuch drum gemacht und sagt, go. Und jetzt ist es ihr Ziel, Owen zu finden, um Luke zu finden, um Luke zu töten, um Gerechtigkeit zu haben. Und das widerspricht einfach so ziemlich allem. Ich verstehe die Motivation dieser Figur nicht. Okay, sie war bei Order 66, das kleine Mädel. All ihre Kinderfreunde wurden abgeschlachtet von Anakin Skywalker. Sie hat ein Lichtschwert abbekommen, hat sich dann totgestillt, hat sich dann alleine weiter trainiert in der Macht anscheinend, hochgearbeitet als Inquisitorin, wollte Vader töten, hat aber in seinem Namen andauernd Jedi umgebracht, obwohl sie die Jedi rächen möchte. Okay, das ergibt in welcher Welt Sinn. Und dann wirft sie Obi-Wan Kenobi vor. Das hat sie ja in Folge 5. Wo warst du bitte, als wir angegriffen wurden? Und ich, Order 66, Baby, er wurde auch angegriffen. Ich meine, das weißt du doch mittlerweile. Order 66 bedeutet, alle Jedi wurden, also man hat probiert, sie umzubringen. Alle. Ich weiß, was mit Obi-Wan passiert ist. Und Obi-Wan, anstatt dass er sagt, ich wurde auch gejagt, sagt er, es tut mir leid. Ich so, wieso tut ihr das leid? Tut es dir leid, dass auf dich geschossen wurde, auf Utapau? Habt ihr Episode 3 überhaupt gesehen? Okay, das heißt, sie ist sauer auf Obi-Wan und projiziert ihren Hass auf Obi-Wan. Dabei ist er auch nur ein Mittel, um an Vader ranzukommen. Dabei war sie ihm schon so häufig so nah, dass sie ihn wirklich heimtückisch hätte killen können. Hat sich aber dann dazu entschlossen, ihm doch auf dem Schlachtfeld zu begegnen, obwohl sie da ganz klar verliert. Und jetzt will sie ein Kind töten, weil Kindertöten ist Gerechtigkeit für die Kinderfreunde, die von ihr umgebracht worden sind. In welcher Welt ergibt das Sinn? Das heißt, sie macht sich auf nach Tatooine erneut ohne Probleme. Wie ist sie da hingekommen? Keine Ahnung. Warum geht es ihr so gut? Keine Ahnung. Haben wir Onkel Owen und Tante Beru? Und Tante Beru ist auf einmal Badass? Ich so, ja, wir müssen kämpfen. Hier, darauf habe ich mich mein Leben lang vorbereitet. Ich habe eine Wumme. Ich so, das ist Tante Beru. Okay, das ist nicht eine Rebellen-Allianz-Kämpferin. Das ist keine Jedi-Dame. Aber okay, Onkel Owen und Tante Beru sind jetzt Militias. Okay, damit muss ich mich dann auch abfinden. Das ist einfach der Fall. Das ist einfach der Fall in dieser Serie. Und dann greift sie an. Ich fand es ganz cool, dass Onkel Owen diesen einen Moment hatte, wo er sich ihr so stellt und bereit ist, sein Leben für diesen Jungen zu lassen. Aber der ganze Plot darum so dämlich rumkonstruiert ist, dass sie dieses Kind töten will. Warum auch immer. Wenn sie weiß, dass es Anakin Skywalkers Kind ist, das weiß ja nicht mal er. Okay, aber woher weiß sie das? Keine Ahnung. Wenn sie einfach nur sich an Obi-Wan rächen will, ergibt es keinen Sinn. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich verstehe es nicht. Und das bringt mich zu dem relativ guten Part der Episode. Obi-Wan Kenobi sagt, ich verziehe mich jetzt von euch Rebellen. Ihr steht alle unter Beschuss. Vader will ja nur mich. Ich werde mich ihm stellen. Und alle haben Angst an Bord dieses Schiffes aus der Leia. Weil die kleinen Leia können die einfach nicht schreiben. Und ich möchte es nochmal an dieser Stelle ganz klar sagen. Ich habe nichts und auch gar nichts gegen die Kinderdarstellerin. Sie ist wirklich putzig in der Rolle. Aber die schreiben eine 10-jährige Leia so wie eine 30-jährige Leia. Damit sich die Zuschauer erinnern. Ah, die benimmt sich wie Leia. Ich so, ja, aber es gibt sowas wie Charakterentwicklung. Es gibt Gründe, warum Figuren irgendwann so werden. Dass Leia in A New Hope sassy war und badass war und zur Waffe greift. Habe ich ihr abgekauft. Das war eine erwachsene Frau, die ihr Leben lang anscheinend gegen dieses Imperium kämpft. Und das sogar undercover. Das heißt, das habe ich ihr absolut abgekauft. Dass eine 10-Jährige sich die ganze Zeit so altklug benimmt, ergibt keinen Sinn. Und das bedeutet, Leia hat sich auch nie weiterentwickelt. Leia war schon immer so wie Leia. Immer. Und, okay. Sie war nie wirklich ein Kind. Sie ist einfach als Erwachsene auf die Welt gekommen. Und das finde ich doof. Ich finde es wirklich doof. Und generell, die Tatsache, dass Leia und Obi-Wan anscheinend so ein Bond hatten, macht für mich auch die Kontinuität kaputt. Weil, wenn Obi-Wan Kenobi stirbt im originalen Star Wars Film, dann ist Luke super traurig. Und Leia tröstet ihn. Wieso weinst du nicht? Ihr hattet viel mehr miteinander zu tun als Luke und Ben Kenobi anscheinend. Weil diese Serie vergessen hat, dass Obi-Wans Mission es eigentlich war, auf Luke aufzupassen. Leia hat einen ganzen Planeten bekommen namens Alderaan. Und dazu kommen wir auch noch. Weil nach dieser Episode ist Obi-Wan definitiv mitverantwortlich für die Vernichtung von Alderaan. Ja. Okay. Also er stellt sich Vader. Er kommt auf diesen Planeten. Vader kommt da an und sagt, bist du hierher gekommen, um mich zu vernichten? Ich so, du bist hierher gekommen. Du bist hier ausgestiegen, nicht Obi-Wan. Aber okay. Und es kommt zu einem Kampf. Und hier muss ich sagen, der hat sich gelohnt. Der hat wirklich echt Spaß gemacht. Ich weiß, auch da gab es viele kritische Stimmen, die gesagt haben, scheiße choreografiert und so weiter. Sehe ich nicht. Hier hatte ich wirklich Fun. Und das war auch das, was ich sehen wollte. Dieses Rematch of the Century hat sich gelohnt. Und auch, dass Obi-Wan dann kurz besiegt wird. Dann hat er lauter Flashes von Leia. Weil anscheinend ist Leia Organa die krasseste Motivation im Leben von Obi-Wan Kenobi. Leute, was macht ihr mit Star Wars? Ich verstehe es nicht. Wenn die beiden so wichtig sind, also sich einander so wichtig sind, dann hätte man diese Beziehung auch irgendwie beleuchtet im originalen Film. Aber das ist absolut Radconning. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und scheißegal, als er dann zurückkommt und Vader wirklich zeigt, was er drauf hat. So wirklich als Airbender mit den ganzen Steinen. Er kann das. Ihm kaufe ich das auch ab. Als Rey 10.000 Steine in The Last Jedi heben konnte, obwohl sie was, einen Tag trainiert hat mit der Macht, habe ich sie nicht abgekauft. Und dann kam der Moment, der wirklich stark war. Wo Vaders Maske in zwei Hälften geteilt wird. Ich weiß, viele Leute sagen auch geklaut aus Rebels. Die Szene hatten wir schon mal mit Ahsoka und Anakin. Stimmt. Aber hier hat mir das eine neue Dimension gegeben. Ich fand es wirklich cool, das in Live-Action zu sehen. Erst recht fand ich es cool, wie mit den Stimmen gearbeitet wurde. Dass man Haydens Stimme hört, James Earl Jones Stimme hört und es so ein Hin- und Hergerissen ist. Weil hier sehen wir wirklich den Mix aus Anakin und Vader. Auch, dass er sagt, ich habe Anakin Skywalker vernichtet. Und Obi-Wan dann sagt, okay, Darth, mein Freund ist wirklich tot. Weil er nennt ihn ja Darth im originalen Star-Wars-Film. Das finde ich alles wirklich stark. Das war ein guter Moment. Ich finde es immer geil, wenn es diese Momente gibt, die Vader vermenschlichen und diese Tragödie noch ein bisschen heftiger machen. Deswegen liebe ich auch die Szene in Empire Strikes Back, wo der Helm runterkommt und wir das erste Mal sehen, wow, er muss diese Rüstung tragen. Das ist nicht Stil. Er ist kaputt. Finde ich wahnsinnig cool. Ich mochte auch die Szene in Rogue One und auch in dieser Serie, dass er seine Festung auf Mustafa hat und immer auf diese Flammen guckt, die ihn zu dem gemacht haben, was er ist. All das liebe ich. Ich liebe es, wenn es solche menschlichen Momente gibt mit Vader. Und das war so ein menschlicher Moment mit Vader. Und Obi-Wan lässt ihn zurück und bringt ihn nicht um. Ich meine, klar bringt er ihn nicht um, weil Vader hat eine ganze Trilogie vor sich. Obi-Wan auch. Zumindest ein Film in menschlicher Form und der Rest als Geist. Aber Obi-Wan war bereit, Anakin zu töten in Revenge of the Sith. Er hat zu Yoda ja gesagt, bitte schick mich nicht, um Anakin zu töten. Es ging immer um Töten, okay? Auch Yoda hat sich dem Imperator gestellt, um ihn zu töten. Destroy the Sith. We must. Und jetzt, jetzt lässt er ihn zurück. Er weiß doch ganz genau, was er jetzt auf die Welt loslässt, auf die Galaxis. Das heißt, er ist mitverantwortlich an der Vernichtung von Alderaan und so weiter und so fort. Er hätte ihn platt machen können. Weswegen wir uns die Frage stellen, wieso gibt es dieses Rematch of the Century überhaupt, wenn es die Kontinuität so kaputt macht? Der einzelne Moment, wirklich stark. Aber wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, was das bedeutet für den Rest von Star Wars, dann ist Obi-Wan ein verdammter Loser. Er hat seinen einen Job nicht hinbekommen, Luke zu retten. Das hat ja auch Reaver selber gemacht, weil im letzten Moment sagt sie dann, oh, ja, Kinder töten ist doch doof. Ich mach das nicht. Ich fand es auch so witzig, als Obi-Wan da hinrennt. Er kommt einfach in Tatooine an und Owen und Beru schreien nach Luke. Und er, wo ist er? Was sollen die beiden sagen? Ich weiß es, ich schreie einfach nur seinen Namen aus Spaß. Ja, keine Ahnung. Sie kommt auf jeden Fall an mit dem Kind. Hat Luke nicht umgebracht. Und Obi-Wan verzeiht ihr auch einfach. Und das ist auch so eine Sache. Ich verstehe nicht. Ich kaufe ihren Redemption-Arc nicht ab. Ich finde, sie hätte sterben müssen am Ende. Ich finde sogar, Obi-Wan hätte die Information, die sie jetzt alle hat, hätte sie nicht gehen lassen sollen. Nur sie hätte zumindest eingesperrt werden müssen. Weil ich denke immer, wie wäre es denn umgekehrt? Wie ist es denn mit Anakin gewesen? Wenn Vader Return of the Jedi überlebt hätte, hätte er nicht mit den Rebellen feiern können. Die hätten ihm das nie verziehen. Kylo Ren, als er zu Ben Solo wurde, musste sterben. Er hat viel zu viel Unheil über die Galaxis gebracht. Und ich weiß, Rey hat sich irgendwie in den verknallt und so weiter und so fort. Aber der Rest hätte ihm nicht verziehen. Und das ist so eine Sache. Ihr wird direkt verziehen für alles, was sie angerichtet hat. Obwohl alles, was sie angerichtet hat, hat sie ja angerichtet, um Jedi zu rächen. Und das Beste, was man tun kann, um Jedi zu rächen, ist Jedi abzuschlachten. Ja, ich finde, sie ist echt ein Nonsens-Charakter. Ich kann es nicht anders sagen. Und dann natürlich haben wir das, was ich dachte, wir eigentlich in der Show kriegen. Ein bisschen Zeit mit Obi-Wan und Owen. Und dass Obi-Wan auch zu ihm sagt, ja, du hast recht. Vielleicht, Luke sollte jetzt nicht trainiert werden. Er braucht so ein bisschen Abstand zu mir. Aber er darf ihm dann dieses kleine Spielzeug geben, das ja Luke dann auch hat im originalen Film. Er darf sogar Hello There sagen, weil... Remember? Und das war es. Es gibt keine richtige Szene zwischen Ben und Luke. Das heißt, das, was ich mir dachte, was wir kriegen würden. Und sorry, das ist nicht so nach dem Motto, oh, Yves hat nicht bekommen, was er wollte, deswegen ist er sauer. Nein, aber die Beziehung zwischen Ben und Luke ist ja so wichtig im ersten Star-Wars-Film. Ich dachte, das ist der Startschuss. Stattdessen haben wir uns irgendwie auf Leia konzentriert, weil... Gründe. Und das heißt, am Ende dieser Show ist jeder in seiner Startposition, in der er eigentlich ohnehin schon war. Deswegen kommt mir diese Serie so ein bisschen vor wie Falcon and the Winter Soldier. Die kann man skippen. Weil am Ende von Endgame ist Sam Wilson der neue Cap. ist Bucky wieder in Ordnung und Zemo ist im Knast. Dann haben wir die Serie, da wird Zemo kurz aus dem Knast rausgelassen. Sam will nicht Cap werden und Bucky hat wieder Probleme. Aber am Ende sind alle wieder genau dort, wo sie waren, um weiterzumachen im MCU. Und genau so ist es hier der Fall. Obi-Wan ist jetzt doch wieder optimistisch, sieht sogar Qui-Gon. Es war nett, Liam Neeson zu sehen, obwohl man merkt, die haben diese Szene sehr schnell, schnell gedreht. Es sah ein bisschen cosplayig aus. Der Bart sah nicht überzeugend aus. Es gibt auch eine kurze Szene mit Palpatine. Die haben Ian McDiarmid zurückgebracht, wenn Vader mit ihm spricht und so weiter. Er so, ey, gehst du mir fremd mit Obi-Wan? Nein, tu ich nicht. Ich so, okay, netter Dialog. Cool, dass dann endlich die Musik von Vader zu hören war, weil Musik bedeutet eine Menge bei Star Wars. Und mit der Musik haben sie es generell in der Serie verkackt. Aber es war nett, aber es war Fanservice. Es war cool, die beiden zu sehen. Ian McDiarmid ist immer gern gesehen, auch in Rise of Skywalker war es cool, ihn wiederzusehen. Hat Sinn gemacht, dass er einfach zurückgekehrt ist. Nein, aber das tun ja jetzt Charaktere eh. Alle zwei Sekunden. Aber das Ende der Show ist für mich das, wie die Show hätte anfangen sollen. Wir haben einen optimistischen Obi-Wan, der sich trotzdem verstecken muss, Luke aus der Ferne irgendwie beschützen muss, an seinen Jedi-Fähigkeiten arbeiten muss, gelernt hat, mit seinem Meister in Kontakt zu treten. All das, was Revenge of the Sith aufgebaut wurde, wurde kurznichtig gemacht, um einen Side-Plot zu erzählen rund um Reva, die Entführung von Leia, die zweite Entführung von Leia, fast die dritte Entführung von Leia und Obi-Wan, der kurz eine Krise hat. Nur damit die Charaktere genauso enden, wie sie eh angefangen haben. Und da denke ich mir, ja, das ist kein gutes Storytelling. Ist es leider nicht. Und ja, das ist das Ende der Show. Kriegen wir es in Season 2? Manche Leute wünschen es sich, manche Leute wünschen es sich nicht. Ich sag's mal so, wenn wir in Season 2 kriegen, würden wir jetzt eigentlich die Story kriegen, die wir gedacht haben, dass wir sie kriegen. Vader und Obi-Wan müssen sich gar nicht treffen, aber man kann parallel deren Entwicklung zeigen. Während einer immer optimistischer wird, wird einer immer düsterer und so weiter und so fort. Und das kann man gut spiegeln und so weiter und so fort. Und dann so ein bisschen den Alltag auf Tatooine zeigen und wie Obi-Wan probiert, in einem Charakterdrama eine Beziehung aufzubauen zu dem jungen Luke. Das haben wir alles nicht bekommen. Das könnten wir kriegen in einer Season 2, aber will ich denen jetzt eine Chance geben auf eine Season 2, wenn das das ist, was wir bekommen haben? Denn das, was wir bekommen haben, ist meiner Meinung nach der Inbegriff von Content. Wie Book of Boba Fett ist das Content. Es ist jetzt nicht mega schlecht, es ist aber auch nicht wirklich gut. Es ist da. Und das ist meine Haltung zur Folge 6 von Obi-Wan Kenobi und zur Show im Allgemeinen. Ich bin nicht begeistert. Ich bin aber auch nicht irgendwie am Haten. Ich bin... Ich bin... Das... Jetzt frage ich euch, wie hat euch die Serie im Allgemeinen gefallen? Und erneut, wenn sie euch gefallen hat, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.